Und Yokozu zu einer neuen Folge Death One und zwar auf dem Sigma Republic Server Ja, auf dem Sigma Republic Server und auf der Map League of World Final Fix Da scheint es sicher zu sein, das mach ich Ich dachte, hier stirbt man direkt Ich kenn die Map halt nicht, das ist das Problem an der ganzen Sache Und da gibt's gleich wieder einen Stern für die Map Ist ganz interessant Bisschen Zeit schinden, ist doch immer eine gute Beschäftigung Ich muss auch mal gucken, ich denke, wenn ich tot bin, nehme ich nicht mehr weiter auf dann Letztes Mal hatte ich so viel zu erzählen Beziehungsweise erstes Mal Dass ich das dann schon gemacht habe, aber Was könnte hier böse sein? Oh, der Lego-Mann, der könnte ja böse sein Was sagst du denn? Tomate? Ich meine, ach nee, der trägt die um sich herum Stimmt, das gibt's manchmal Ich weiß gar nicht genau, was die Dinger eigentlich sollen Aber kann man sich irgendwie kaufen Und dann laufen die um einen rum, was ich extrem nervig finde Wow, scheiße Okay, das war jetzt unwissbar Scheiße Na gut, das war dann wohl auch schon mein Tod Und das erinnert mich gerade irgendwie ans Trojanische Pferd, das Viech da Ähm, ja, und dann, äh, sage ich mal Nicht, äh, warte mal Nee, ich beende doch die Folge noch nicht Nein Ich meine, äh, eher Cut bis gleich, sage ich gleich Weil nämlich Achso, hier darf man nur in das Richtige reingehen Sehr gut zu wissen, dass das hier wohl das Richtige ist, ne? Na gut Ähm, bis dahin geht's weiter mit der zweiten Runde Gerade haben wir unglaublicherweise diese Taisons gewonnen Schnappi, das war ne dumme Idee Wirklich Nein, wieso bin ich da runtergefallen? Was war das denn für ne dumme Falle? Hä? Ach, da oben war was, wenn ich runtergepustet hatte Äh, ja, toll Aber wie gesagt, ich kenn die Map halt noch nicht Ist doch verständlich, wenn ich erstmal recht schnell stehe Aber immerhin bin ich davor bis hierher gekommen Und dann war hier das komische Legumännchen Ani, doch nicht, dann ist hier irgendwo eingestürzt plötzlich Dort ungefähr Na gut, bis gleich Bis zur dritten und damit jetzt ne Runde gleich schon Das geht ja jetzt noch schneller So geht das, äh, schneller als CTT Die Runde, die ich vor kurzem erst aufgenommen habe Wo ich dann an den Samstag davor kam Die war nämlich auch ganz schön kurz, nur sechs Minuten Aber ich glaube, dass hier, also die Runde, ich meine die, äh, Folge Drei Runden, aber naja, bis gleich Das ist jetzt nämlich noch gut What the? Das Ding scheißt einfach Steinbälle Dieses trojanische Pferd scheißt keine Menschen Oder so, sondern das scheißt einfach Steinbälle Und das streckt seine Zuckern so richtig eklig raus Noch dazu kam hier irgendwie grad so ein Rauch Äh, so ein Gas Das sah ein bisschen aus, als ob der irgendwie Richtig heftig gefurzt hätte Also, was für ein komisches Etwas Und, na gut, dann geht's jetzt auch schon mit der dritten Runde weiter Deswegen gibt's irgendwie ein paar weniger Leute Achso, die anderen Leute sind schnell draußen gelandet Logisch Achso, jetzt landen die alle doch noch drin Sehr gut Okay, muss man hier irgendwie irgendwie lang Ehrlich gesagt kenne ich die Map dann überhaupt nicht Und ich find, die sieht voll dumm aus Aber sie sieht auch interessant aus in dem Sinne Wirklich, da ich die Map einfach gar nicht kenne Hab ich keine Ahnung, ob man da rüber springen kann Gut, man kann da rüber springen Oder auch nicht Scheiße, das war jetzt schon die letzte Runde Das kann doch nicht wahr sein Äh, na gut, das war jetzt schade Aber naja, übrigens gerade haben selbst am Ende Interessanterweise nochmal diese Taisons gewonnen Es stand dann am Ende, ähm, bei den insgesamt 10 Runden auf der Map gerade Von denen ich nur bei 3 dabei mitgespielt habe Dabei war, äh, stand es am Ende 8 zu 2 Natürlich für diese Taisons, ne Nein, für die Combats natürlich Ähm, ja Die Folge ist jetzt leider auch schon zu Ende Schade Na gut, ich glaube, ich spiele gleich noch ein paar Runden Obwohl, nee, ich spiele nicht noch ein paar Runden Ich hab noch anderes zu tun Nämlich muss ich das Video hier noch rendern Und dann muss ich auch noch Plätzchen geworft aufnehmen Was ich jetzt endlich mal wieder machen will Außerdem noch ein 300. Video D-d-d-d-d-d One Way He Works Soll das gewesen sein für euch dann Ähm, ja Dann Fliege ich hier gerade noch ein bisschen die Map entlang Sage ich aber sonst eigentlich nur noch, ähm, ja Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Und die Combats haben gewonnen Nicht den Daumen vergessen Und bis zum nächsten Video